So, so schaut es im Moment aus, schön langsam wird es was, ein bisschen zusammenkehren, dann nach Kärchen und das war es. Aber ich habe hohen Besuch am Wolfsgrund. Servus. Der Tim ist gekommen um zu arbeiten. Ja, hoffe zumindest. Bis später. Hey Schatz, was machst du da? Ich schneide eine Tomate. Für den? Salon. Sehr geil. Vegetarisch, nicht vegan, weil da ist Käse drin. Und Yvonne macht? Sieht man das? Muffins. Für morgen. Super Frau. Wuh, wuh, wuh.